Das Berghotel Jageralm in Zell am See ist ein beliebtes Ausflugs- und Urlaubsziel. Die Gäste erwartet im Familien- und Wellness-Resort ein Panorama-Restaurant mit hervorragendem Service und sehr guter Küche. Diese verwöhnt sie mit leckeren Gerichten aus eigener Landwirtschaft und Jagd. Das Hotel liegt besonders günstig. Im Winter direkt an einer Skipiste, im Sommer am Wanderweg. Von der Sonnenterrasse aus genießen sie einen herrlichen Ausblick auf den Zellersee und die Pinsgauer Bergwelt. Zum Nächtigen stehen Familienzimmer und Hotel-Apartments der 3- und 4-Sterne-Kategorie bereit. Für ausreichend Wellness sorgen ein beheiztes Schwimmbiotop, eine finnische und eine Bio-Sauna, ein Dampfbad, eine Erlebnisdusche sowie ein Fitnessstudio und der Ruheraum. Kinder können sich am Spielplatz austoben, den Streichelzoo besuchen und Pony reiten. Im Berghotel Jageralm kommt niemals Langeweile auf. Erleben Sie es selbst.